hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von csgo und zwar wieder mein case opening und diesmal öffnen wir die breakout kisten sondern operation whitefire kisten wieder zehn stück an der zahl werden einfach mal unser glück versuchen was immer so aus dem ballen stimmel schön wir können auf jeden fall coole sachen auskommen natürlich auch das super coole bowie messer vielleicht haben wir ja glück und kriegen diesmal eins fangen wir einfach mal an und einfach mal die erste kiste nein diese hat auch noch eine schlechte qualität die hat eine super schlechte qualität zur karte welche kiste die anlass messer paper b is a photic zone genauso mit einer beschissenen qualität die kiste hier das messer die waffen würde ich auch gerne nehmen die kiste aufgemacht habe ich nicht nur für die kisten aufgemacht aber nie ein knife jambi ja wieder kacke ist das kabel hinten wieder neu stecken das bestimmt rausgezogen die sieht extrem scheiße aus niemand will die haben jetzt weiter mit der nächsten kiste baui messer jetzt jetzt baui messer kam raus kam mal raus baui messer und ein fast eine liter bild die hätte ich auch genommen und wieder seine kack mack 10 mack 10 der gleiche kack welche kiste jetzt aber ist jetzt nur plan schrott rausgezogen vielleicht wird es ja jetzt mal was die kiste aber haben wieder kacke aber das die man braucht sie die jähne jetzt ist die störe k k k trotzdem kacke Ah, dieser Scheiße. Ah, der hat eine Kack-Qualität, denke ich mal. Sieht nur sehr schlecht bei der Waffe. Das erste Lila, ne? Oh, jetzt wird's besser. Noch vier Küsten, eine davon ist ein Messer, ich weiß es. Puh, da ist raus. Und wieder so ein Kack. USB-S, die niemand braucht. Und auch der noch Scheiße aussieht. Der extrem zerkratzt ist. Und wieder so eine Kack, Duell-Batter. Ja, genau so beschissen ist das. Die letzten beiden Kisten, ich hab keine Hoffnung mehr. Los. Und wieder so eine Kack-Mack-Tan. Mech 10. Mech 10. Letzte Kiste, ich hab keine Hoffnung, dass hier noch was rauskommt. Gib mir... Genau wieder so eine blaue... Wir haben eine lila eine Waffe in zehn Kisten gezogen. Yeah. Warum hab ich weit vor Kisten genommen? Keine Ahnung. Das ist der Schrott hier, den ich hab. Äh, da kann man dann noch einmal Aufwärmungsvertrag benutzen. Oh ja, zum... Zum Austausch, zum Austausch. Braucht keiner, braucht keiner, braucht keiner. Braucht keiner, braucht keiner. Braucht keiner. Nur Scheisse, die keiner braucht. Da war ja Zimmer. Kann bestimmt sowieso nur Rotz raus, weil er lila und gut gips ja nicht. Ähm. Waaaaaat tæææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ§ Dann las! Ich kann noch ein bisschen Folge kriegs. Ich bin ausgerutscht mit den Kuli. Das ist ja der größte Witz. Oh Gott. Nicht genug. Meistens benötigt sich ja noch selber. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Gut, es war wieder mal scheiße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.